Morusstecklinge sorgt deshalb pur. Ganz einfach macht man da Stecklinge rein im Substrat zu den Felgen und hoffen, dass die was werden. So, machen wir das am 18., naja sogar am 19., 6., 2000, 23. So, hoffen wir, dass ihr was werden tut, liebe Pflanzen. Liebe Maulbeeren. Pakistanische Maulbeere. Und eine kommt noch hierher. So. Gut zusammenwachsen. Ab drüber. Untertitelung des ZDF für funk, 2017